Hans Adam II. ist Fürst und Staatsoberhaupt Lichtensteins sowie Chef des Fürstenhauses Lichtenstein. Die Regierungsgeschäfte nimmt seit 2004 jedoch sein Sohn Alois wahr. Leben Hans Adam II. wurde 1945 in Zürich als Sohn des Fürsten Franz Josef II. von Lichtenstein und dessen Gattin Fürstin Gina geboren. Er erhielt seinen Namen nach seinem Vorfahren Fürst Johann Adam Andreas und nach seinem Taufpaten Papst Pius XII. Er wuchs bei den Eltern im Fürstenhaus in Waduz auf und absolvierte die Volksschule in Waduz, ehe er an das Schottengymnasium in Wien ging. 1960 ging er nach Zuoss auf das Gymnasium Lyceum Alpinum, wo er mit der Schweizer Matura und dem deutschen Abitur abschloss. Er absolvierte anschließend ein Praktikum bei einer Bank in London. 1969 schloss er das Studium an der Universität St. Gallen mit Erlangen des Lizenziats in Betriebs- und Volkswirtschaft ab. Am 30. Juli 1967 heiratete der damalige Erbprinz Hans Adam in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Florin zu Waduz Gräfin Marie Kinski von Wisch-Einitz und Tettau. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die den Titel Prinz von Unzulichtenstein, Graf von Riedberg und die Anrede durchlaucht führen. Erbprinz Alois ist mit Sophie Prinzessin von Bayern verheiratet. Sie haben vier Kinder. Nikolaus Sebastian Alexander Maria. Prinz Maximilian ist mit Angela Braun verheiratet. Sie haben einen Sohn. Alphons Konstantin Maria. Prinz Konstantin ist mit Gräfin Marie Kainuki von Chorespatac verheiratet. Sie haben zwei Söhne und eine Tochter. Benedikt Ferdinand Hubertus Maria. Prinzessin Tatjana von Lichtenstein ist mit Philipp von Ladorf verheiratet. Sie haben sieben Kinder. Maximilian Maria. Offizielle Aufgaben. 1984 wurde er als Stellvertreter seines Vaters eingesetzt. Nach dessen Tod übernahm Hans Adam II. 1989 die Regierung. Unter seiner Führung trat Lichtenstein den Vereinten Nationen und dem EWR bei. 2003 wurde ein Vorschlag des Fürsten zur neuen lichtensteinischen Verfassung von vielen Kritikern als ein Rückschritt in den Absolutismus. Bezeichnet. Dem Vorschlag stimmte jedoch die Mehrheit der Bevölkerung in einer Volksabstimmung zu. Hans Adams Aussage im Wahlkampf, er werde bei einer Niederlage in der Volksabstimmung das Land nach Wien verlassen. Und sein bei der Thronrede zur Eröffnung des Parlaments geäußerter. Indirekter Vergleich der Kritiker des Vorschlags mit den lichtensteinischen Anhängern des Dritten Reiches sorgten auch international für Aufsehen. Am 15. August 2004 setzte er seinen Sohn Alois als seinen Stellvertreter ein und übergab ihm die Staatsgeschäfte. Hans Adam II. ist Ehrenmitglied der katholischen österreichischen Hochschulverbindung Nordgau-Wien im ÖCV sowie der katholischen deutschen Studentenverbindung Nordgau-Prag zu Koblenz im CV. Darüber hinaus ist er Ehrenprotektor der lichtensteinischen Akademischen Verbindung Rheinmark und Ritter des Ordens vom Goldenen Fließ in Österreich. Er ist Mitglied der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft und empfängt 2016 den Europäischen Karlspreis der Sudeten-Deutschen Landsmannschaft. Titel Anrede und Wappen Der volle Titel Hans Adams II. ist gemäß dem lichtensteinischen Hausgesetz. Fürst von und zu Lichtenstein, Herzog von Tropau und Jägerndorf, Graf zu Riedberg, Regierer des Hauses von und zu Lichtenstein. Alle Mitglieder des Hauses haben die Anrede durchlaucht und führen das Wappen der fürstlichen Familie. Vermögen Seit der entschädigungslosen Enteignung des Hauses Lichtenstein in der Tschechoslowakei im Jahr 1945 durch die Dekrete von Edward B. Ersch blieben die mehrischen Besitzungen im Eigentum des zuerst tschechoslowakischen, später des tschechischen Staates. Alle politischen und gerichtlichen Bemühungen des Fürsten Hans Adam II. Nach dem Ende der kommunistischen Diktatur 1990 um Rückgabe des enteigneten Besitzes scheiterten am Widerstand der tschechischen Regierung, die dem Fürstentum Lichtenstein, um Benesch Rechtsposition beibehalten zu können, sogar die diplomatische Anerkennung als Staat versagte. Gleichwohl zeichnet sich Fürst Hans Adam II. durch große Geschäftstüchtigkeit aus und stellte die solide wirtschaftliche Grundlage seines Hauses wieder her, die durch die Enteignungen in der Tschechoslowakei von 1945 derart stark gelitten hatte, dass unter der Regentschaft seines Vaters auch die berühmte Kunstsammlung zeitweise als Notgroschen herhalten musste und die Familie, wie Hans Adam es formulierte, dem Bankrott entgegensah. Dies gelang ihm vor allem durch die Erweiterung der kleinen Bank in Lichtenstein zur Privatbank LGT Group, die er bereits vor seiner Thronbesteigung international ausrichtete und zu einem bedeutenden Bankhaus machte. Seither konnte er auch die Kunstsammlung durch Zukäufe wieder ergänzen, deren barocke Hauptwerke er 2004 im Lichtenstein Museum in Wien der Öffentlichkeit zugänglich machte. Die Sammlung des 19. Jahrhunderts ist im Stadtpalais Lichtenstein untergebracht. Weitere Teile der Sammlung werden in Wechselausstellungen im Kunstmuseum Lichtenstein gezeigt. Das Vermögen des Fürstenhauses, zu dem neben Immobilien und Grundbesitz in Österreich vor allem die LGT-Bank zählt, wird von der Stiftung Fürst Lichtenstein gehalten und beläuft sich nach Schätzungen auf mehrere Milliarden Franken. Mit einem Vermögen von 5 Milliarden Dollar ist Hans Adam II. Der sechstreichste Monarch weltweit. Zitate Zu den Deutsch-Lichtensteinischen Beziehungen zum Bankgeheimnis zum Staat Vorfahren Werke Der Staat im dritten Jahrtausend Van Eck Verlag Triesen 2009 ISBN 9783-905-881-03-5 Englischsprachige Ausgabe The State in the Third Millennium Van Eck Verlag Triesen 2009 ISBN 9783-905-881-042 Punkt ÖD